Was macht denn deine Mutter da? Masken sind gefährlich für unsere Kinder. Wahrscheinlich verbreitet in ihrem Lügel-Gefisch. Das stimmt nicht. Sie war das mutigste Mädchen in der Welt. Und jetzt hat sie Angst vor Masken. Es gibt 1432 verschiedene Waschmaschinen-Modelle. Damit verbringen wir jetzt also unser Leben. Man soll bloß keine Zeit mehr haben zum Nachdenken. Und jetzt kommt ein Virus, das die Alten und Schwachen eliminiert. The Great Reset. Es ist einfach nur eine große Geschichte. Wer hat sie denn erfunden? Kannst du den nicht finden und ihm sagen, dass er damit aufhören soll? Blackrock-Stattler, jetzt sagt ihr das was? Nee, sagt mir nix. Sie verschwinden. Und zwar sofort. Raus! Es ist Krieg. Und im Krieg herrschen andere Regeln. Ich bin auf Eindringlinge in meinem Haus vorbereitet, wie Sie sehen. Sie sollten sich lieber um Ihre Ehe kümmern. Jens, gibst du auf oder was? Kann nicht mehr. Ich will mir keine andere Frau suchen müssen. Ich will die. Die eine. Aber so wie sie bis vor kurzem nochmal. Ein Schlafschaf. Das ist jemand, der seine Augen einfach nicht aufkriegt. Das ist Bullshit! Sag mal! Bin ich die Verrückte? Die mit dem Aluhut. Zurich! Die mieux. Was ist die? ん Vielen Dank.